So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ja, es ist wieder Skill. Diesmal aber ein anderer Spielmodus, weil ich darauf angesprochen wurde, dass eventuell Skill etwas langweilig sein könnte. Ich werde versuchen, euch vom Gegenteil zu überzeugen. Okay, das ist jetzt ein Problem. Also, diesmal ist es ein anderer Spielmodus. Im Gegensatz zu letztes Mal war es Team Deathmatch. Diesmal auch mit einer anderen Waffe, die allerdings sehr, sehr schlecht ist, weil es die Anfangswaffe ist und weil sie schon kaputt ist. Ja, die Waffen können hier kaputt gehen. Ich glaube aber, das habe ich sogar schon das letzte Mal gesagt. Dieses Mal ist es der Spielmodus Blasting oder sowas. Das heißt, wir müssen versuchen... Alter. Äh, ich bin noch nicht ganz so dran. Auch hier wieder mit Torstkamera. Äh, äh, ja. Das... Blasting. Ja, genau. Äh, zerstört das Objekt. Man muss halt versuchen, die Bomben zu holen. Oder, was heißt Bomben zu holen? Wir haben alle Bomben. Das heißt, wir müssen nur eine Bombe platzieren. Dafür müssen wir aber erstmal ein paar Gegner eliminieren, weil wir sonst wahrscheinlich sofort tot sind. Alter. Wie hat der mich... Ach, durch die Wand. Oben rechts sieht man auch, wie er mich getötet hat. Ja, okay. Man kann ja auch teilweise durch Wende schießen, aber auch nur teilweise. Kommt auch immer auf die Waffen an. Und ich glaube, wir verlieren gerade ziemlich heftig. Das heißt, diese Runde wird ziemlich schnell rumgehen. Das heißt... Und das wiederum heißt, dass es natürlich noch eine Runde danach gibt. Okay. Wie schon gesagt, versuchen... Hier haben wir wieder unsere Flash. Ja, mir habe ich jetzt gerade ein bisschen Angst. Ja. 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 Und die Waffen, die die da gerade hatten, also oben rechts. Das war auch eine... Aluminium oder sowas. Also irgendwie so glänzt eine Farbe auf jeden Fall. Aluminium ist zwar keine Farbe, aber scheißegal. Ähm... Ja. Das sind halt VIP-Waffen und die können halt dann auch ein bisschen mehr noch. Ich muss erstmal eine andere Waffe haben. Oh, VIP-Waffe. Äh... Ja, okay. Zwei habe ich, glaube ich, gekillt oder so. Mission fehlgeschlagen. Und wir werden sowas von verlieren. Aber wir werden nichts auf null verlieren. Also ich hoffe es. Ich versuche jetzt mal den anderen nachzunehmen. Warte mal, ist das... Oh, das ist nur drei gegen vier. Okay. Deswegen. Ich schmeiße schon mal ein bisschen was rein. Oh, ich werde geflasht. Ja, selbst geflasht. Das war jetzt nicht ganz so doll, weil ich mich umgedreht habe. Da ist dann auch noch mal immer ein Unterschied. Die verzieht halt sehr, sehr doll, weil hier sie kaputt ist. Ja. So viel dazu. Und das werden wir nicht verlieren. Ich kann hier auch die Anzeige dazu überspringen. Schade. Ich muss halt jetzt versuchen, Waffen aus meinem Team aufzuheben, damit ich bessere habe. Das finde ich halt an diesem Spiel gut. Das heißt, du kannst auch ohne auch nur ein einziges... Füllchen Geld auszugeben, könntest du hier trotzdem gut drin sein, wenn man nicht ich bin. Okay. Also ich lasse mal den hier vorgehen. Der wird jetzt wahrscheinlich sowieso gleich draufgehen. Oh, Alter. Ich muss hier weg. Alter. Einer hat mich schon mal damit gekillt. Ja. Und das ist halt, dass... Sie verzichtet halt so doll, dass man da... absolut gar nichts mehr gegen tun kann. Und die Farmers haben wir natürlich auch nicht mehr. Deswegen... sonst würde ich auch mit der spielen, weil sie natürlich besser ist. Aber naja, okay. Dennoch zu ein paar Fragen, die mir gestellt wurden. Zum anderen über andere Projekte. Beispiel nenne ich jetzt kurz nicht, aber... andere Projekte halt, ob ich die machen könnte. Da müsste ich noch mal gucken. Ich werde auf jeden Fall noch komplett andere machen, die auch was komplett anderes zu tun haben. Und nicht immer nur draufschießen oder sowas. Warum auch immer der jetzt gerade nach oben guckt. Die müssen wir jetzt im Übrigen zugucken. Und er hat die Bomben platziert, wollte ich auch nochmal kurz sagen. Also, weitere Fragen. Einmal zu dem Thema... Ja, okay. Halt verloren. Er müsste sie jetzt nur noch entschärfen, aber das macht er auch mal eben kurz so. Äh, zu den Fragen andere Projekte. Ja, ich werde noch gucken. Ich habe aber so circa noch 30 andere Projekte oder sowas, die ich machen könnte. Also, ich habe noch ziemlich viel. Denn zu einer anderen Frage... Äh... Was waren da noch? Genau. Äh... Alter, jetzt habe ich es echt gerade wieder vergessen. Was waren das nochmal? Äh... Warum ich nicht schon früher angefangen habe. Mit... Let's Playen und YouTube und ich bin tot. Hier kann man auch das Waffenrad sehen. Man hat insgesamt drei zur Verfügung. Aber ich habe halt nur eine einzige Waffe. Aber ich werde mir wahrscheinlich noch andere kaufen. Deswegen... Ja. So wird es wahrscheinlich nicht bleiben. Äh... Nochmal zu dem Thema zurückgehen. Er ist tot. Okay. Ja. Und die Einheiten wurden eliminiert. Ich komme immer wieder vom Thema ab. Okay. Ach, jetzt wechseln wir auch mal. Okay. Das ist ja natürlich auch cool. Denn wenn wir diese Runde jetzt verlieren, haben wir komplett verloren. Also. Nochmal zum Thema. Jetzt konzentrieren. Was war das Thema nochmal? Scheiße. Hindert Sie daran, die Bombe zu platzieren. Okay. Also nochmal ganz kurz. Also wir müssen jetzt versuchen, zu... Die anderen dahinter... Okay. Das hat man eigentlich gerade selbst gehört. Aber scheißegal. Da rein. Werfe Granate. Granate fliegen. Jetzt werde ich jetzt nicht so einfach fliegen. Garate. schon komm schon jetzt aber zum Thema was war das Thema werden wir den komischen Typen erst mal zu gucken überlege ich kurz über das Thema wir haben echt zu null verloren ich müsste jetzt noch irgendwie schnell das Thema kommen aber ich glaube das machen wir dann in der nächsten Runde weil jetzt muss ich erstmal die Aufnahme beenden weil sonst es ist wieder mit dem Spiel so komisch ok dann bis zur nächsten Aufnahme tschüss